Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest zur Sturmsäule anzunehmen bei Merdad im Nether Sturm an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest war die Saboteure aufschalten. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte euch ziemlich sicher auch in BC Classic helfen. Man muss nämlich zu einer bestimmten Position bzw. zu einem bestimmten Mob. Wie ihr seht kann ich fliegen, aber ich fliege jetzt keine unmöglichen Wege oder Strecken, man kann alles auch am Boden entlang nachlaufen. Nun bin ich auch schon in der Nähe. Ich könnte jetzt diese Sturmsäule hochfliegen, aber ich zeige euch wie man am Boden entlang hoch kommt. Moment, jetzt habe ich mich in den Wurzeln verfangen. Und zwar hier auf der rechten Seite gibt es einen Aufzug. Auf diesen müsst ihr warten bis er da ankommt. Ich kann einfach hochfliegen, das tue ich mir nicht an. Dadurch verkürze ich natürlich auch das Video. Und es dauert nicht so lang. Und da bin ich schon. Quest ist abzugeben bei Kabar im Nether Sturm an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. In dem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Ihr habt es vielleicht vorhin kurz gesehen. Mein Finger hat schon gezuckt, bevor ich im Satz soweit war. In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay. Ende.